kleine triggerwarnung es könnten beschädigte abgemockste media books in dem video gezeigt werden und es könnte wieder böses label bashing geben naja aber vorher gucken wir uns mal an wie das wahrscheinlich bei amazon da ist jemand der hat ein einzelnes media boot bestellt da ist der doof los steckt das hier oben rein dann ab hier rennen wir schmissen transporter dann ach hier ist das hier wohnt ja das ist ein schmaler schlitz hier im briefkasten ja steckt mal rein warum geht das nicht rein da jetzt ist es drin endlich ja bei amazon macht man es halt so wer wer mir liefert kostet was es wolle jetzt auch klingeln können ich habe dafür worte dass du kommst ich habe doch die lieferung nachverfolgt aber okay wenn es passt irgendwie stopp seit rein egal aber sieht nämlich das was wir jetzt gleich hier sehen werden ja ich habe es ein bisschen gerichtet hier und die seite sehen wir dann gleich habe schon ein bisschen durch die folie rumgefriemelt das ein bisschen schmaler gemacht naja und dem film geht es jedenfalls erstmal und wir packen den jetzt aus also ich packe den aus ihr wartet kurz und dann gucken wir uns die misère mal an um den hier geht es jedenfalls du kannst anfangen zu beten der alte deutsche titel war aber glaube bei bullen singen freunde nicht oder im englischen titel farewell my friend und französisch wie auch immer ich kann kein französisch es handelt sich nämlich um einen französischen film aus dem jahr 1968 und wie wir sehen war der amazon zusteller ja so gnädig und hat das paket irgendwie zugestellt hat es wahrscheinlich eilig gehabt und dann sieht das bein so aus die krücke hier dann wieder zurück was für eine verschwendung was für eine umweltzerstörung aber okay aber ich kann es zumindest schon mal zeigen ja kann ich es gleich noch mit seiner zweiten vorstellung verbinden ja es sah vorher noch schlimmer aus hier hat der knick hier also echt nicht mehr normal also bestellt am besten immer gleich zwei media box oder drei damit die verpackung größer wird und dass sowas nicht passiert schönes cover hier ist das dritte cover c dann amazon exklusiv macht ja machen player pictures ja öfter mal und dann verschiedene cover also das allerwelts cover ist meistens cover a shop exklusive cover b und manchmal kommt dann zeitgleich schon was für amazon und manchmal später dann wenn die auflagen aufgebraucht sind und der film nicht mehr so einfach zu haben ist sind sie so gnädig und schieben dann noch ein drittes cover nach was dann oftmals amazon exklusiv ist das absolut okay man weiß dass der markt dann übersättigt und du bekommst ein gutes angebot für und meistens sind die cover mit am schönsten dass der nächste film die ich noch zeige der ist ja dann auch noch mal die amazon exklusive variante so gucken wir uns das mal an dem film habe ich schon gesehen habe ich mir bewusst geholt das ist absichtlich hier so staubig das bild aber gut fangen wir vorne mal an ist das wirklich so ausgedruckt sieht echt komisch aus ja krass kein staub na ja so wahrscheinlich angestaub wirken und hier drüben haben wir die dvd und die sind schon locker die dann auch über diese zwei seiten hier kleines mediabook wie immer noch von den köchen für mich bleiben dass die köche player ein grausames spiel was wer macht einen film so machen das ja mal schnelldurchlauf bisschen hoch hat die sommer so komisch geklebt hier das ist aber nicht so weit aufspannen wenn man da keinen schaden macht so nah ist ja umfangreich erst mal genug zu lesen ob ich so gewollt das irritiert mich total so das hat man schon so ich muss ja nicht so gut sein damit umgehen sowieso oder so was kann man zu sagen der film ist von john hermann es ist ein solo von 68 wie schon erwähnt hatte er nimmt sie nicht so ernst ist ein bisschen hat komödiantische anleihen charles bronson und die spielen hier die hauptrolle und jedem ein perfektes duo ab also harmonieren wirklich wunderbar im groben jetzt darum dass beide damit beschäftigt sind in einem träsor einzudringen also fehlt die zahlenkombination die haben von sechs möglichen varianten haben sie nur zwei sicher am anfang und die anderen müssen sie halt ausprobieren der eine will rein an die kohle zu kommen der andere möchte was reinlegen und so weiter und so fort ist so ein bisschen das kernstück der mittelteil des films und eigentlich können sich beide nicht so wirklich riechen können sie nicht so wirklich leiden versuchen dann irgendwie auf ihre art und weise an anfang an geld zu kommen sind beides soldaten oder ex soldaten oder erst mal quasi auf urlaub und ja machen dann beide ihr ding als schwarzen sind auf eine unorthodoxe weise an dem man ja eine dame für sich in kohle rand schaffen lässt da sind generell einige zähne drinnen die die politisch korrekte gemeinschaft nicht abhaben dürfte weil sie ist ein sehr veraltetes frauenbild drinnen ja da sind einige zähne dabei die dürfen kein gutes gefühl im bauch machen bei den bei dieser art zuschauer aber wir sind ersten können das ja differenzieren und teilweise drüber schmunzeln halt es war halt eine andere zeit und das ist heute halt nicht mehr so und das ist auch gut so zum teil und man kann trotzdem spaß an so einer alten film haben ja der film fängt ein bisschen behäbig an so ist nicht so richtig in was für eine richtung er will aber glücklicherweise tragen diese beiden hauptdarsteller die wirklich wunderbar harmonieren dem film über weite strecken komplett alleine und in der zweiten also ab der zweiten hälfte dann spätestens kommt er dann auch ein bisschen in fahrt und ja macht im großen und spaß wo man zumindest mit dieser wachart zurecht kommt also meine empfehlung nur bedingt weil derlei filme sind wesentlich ruhiger langsamer inszeniert irgendwie jetzt eine andere zeit hat wird den meisten leuten wahrscheinlich langweilen auch wenn immer irgendwas passiert im sinne von aktion aber die seewohnheiten sind halt verseucht heutzutage von der auto filme zu machen den schnitt gewittern den filtern den ja irgendwas muss immer sein irgendwas bedeutungsschwangeres muss immer gesagt werden blablabla mir hat aber wie fein im großen und ganzen und ja muss ich mir dann nochmal nachbestellen amazon sei dank lieber lieber zulieferer früher hat man gesagt wenn der postmann zweimal klingelt heute könnte man sagen wenn der postmann gar nicht klingelt dann ist es kein gutes zeichen naja aber machen wir gleich weiter zu bronzen sage ich dann auch noch mal was ebenfalls immer so ein exklusiv weniger abgenudelt weil das wurde mir persönlich übergeben zum glück der aus dem regen kam ebenfalls ein französischer swiller aus dem jahr 1970 wenn mich alles täuscht war jetzt hier schon genau hier sieht was ne leichte schramme schon unter der vorher nicht gut nicht gut aber jetzt mit den köchen werde ich auch noch mit meinen geliebten player und pictures habe ich da noch was ein hühnchen zu rufen so an sich ist das schon eine coole idee ja teilweise halt noch mit auf den spien drauf gefällt mir sehr gut ist cover ich mir auch am besten haben wir alle so durchgeguckt geschmackssache ich glaube nichts weiter drunter was ist dann bloß den streifen ja deswegen die antwort ist das ist dann noch drin wir legen das hier genau hier war das das ist so ein bisschen so haben wir alles so ziemlich angespannt aber auch irgendwie schritt schief kann mich ansinnen irgendwie genau hier oben steht das über dann kommen wir nachher noch mal drauf und hier ist dann tiefer also ist auch schon falsch verklebt irgendwie zu banal so sieht man noch halbwegs alles ja hier das ist das spannend arg dann versuchen so ein bisschen und ich rutsche ab hier bronsen spezial das hatte mir auch noch gar nicht komplett durchgelesen bronsen von a bis z der wurde ja durch europäische filme damals berühmt also in amerika hatte ja nur nur in anführungsstrichen nebenrollen besetzt so die hat das hat aber auch gut gemacht aber so wirklicher charakterdarsteller was man ihn wenn man nur die action filme kennt ihn gar nicht andichten würde da hat er wirklich was drauf was hat mehr drauf als man glauben würde als nur diesen 80er jahre anti helden den kennen so ein bisschen gepusht hat könnte fast ja sagen rückwirkend also dann nicht rückwirkend wie könnte man sich ausdrücken rückentwicklung charakterdarsteller und dann halt wieder so b-movies und irgendwie erreicht irgendwie hier wollte ich noch was zeigen genau also muss ich irgendwas noch sagen hier oben hast du hier ist es so verdruckt also ist das verschoben anscheinend beim ausdrucken hast du dann nachher noch hier diesen nach stempel oder was für sich da also das ist echt unter aller kanone also ich sage jetzt dann was zum film und dann sage ich mal was so also ich von player und halte ich hatte schon lange nichts mehr geholt von ihnen ich mag das label aber geht gar nicht eine seite hat man genau bundesmaterial war hier zahlreich zahlreicher bei dem film drei disze z ist klar quatsch doch da ist nämlich us fassung mit drauf die wurde komplett neu gedreht wurde damals bei diesen filmen durchaus nicht ungewöhnlich dass der film dann erst in französisch gedreht wurde oder manche andere firmen italienisch halt und dann noch mal komplett auf englisch noch mal gedreht wurden hast du einiges an extras also die 4k scheibe mit drin und als tatsächlich die ddr synchro mit drauf hätte ich ich hatte mich vorher nicht so belesen also da hatte den bekommen und glaube an den selben tag auch geschaut finde bei der normalen ich nenne es mal westdeutschen synchro also die stimme von ihr von der moraine joubert wenn ich es richtig ausspreche ist ein bisschen nervig die stimme von ihr also ist das so gewusst oder ich wusste dass die ddr synchro mit drauf es sei ja dann erst nach der sichtung wo ich das bundesmaterial durchguckt hat und audiokommentare mal was so drauf ist dann hätte ich wahrscheinlich so geschaut vielleicht müssen wir aber dann natürlich wissen ob es dann nicht für eine zensur gibt so bei der übersetzung oder das sind vielleicht zwar die die erste synchro also die westdeutsche synchro vom inhalt her besser ist aber vom klang her vielleicht die ddr synchro besser müsste man schauen so gut ich schweife ab entschuldigung ja so viel will ich zum film nicht sagen so würde dann auch ein bisschen spoilern oder solch spoilern könnte ja skippen ja ich hatte den film glaube ich damals auf arte gesehen da lief der oft ich muss ihn aber anscheinend nicht zu ende geschaut haben weil der fängt furios an also schön zwiller mäßig passiert dann anfang gleich was krasses in anführungsstrichen der sicht ist es eher seicht wenn man schlimmeres gewöhnt ist brutal und das wunderbar gefilmt schöne jede einstellung bedeutung schwanger und subtil und hast nicht gesehen und fängt auch ziemlich finster an aber später dann nachher als ein bronzen so oft auch da dachte ich geht der film in eine andere richtung was dann leider nicht so war er ist dann weitaus versöhnlicher danach am ende ist ein kammer spielartig es geht hauptsächlich um die beiden hier und wie schon bei den anderen filmen den ich gerade hatte du kannst anfangen zu beten ist auch das hier wird der film auch komplett von den beiden hauptausstellern getragen aber die auflösung war mir dann zu komisch so so viel arbeit so viel pseudoswiller und dann das so banal aufzulösen hat mir dann leider nicht so gefallen ja man könnte sagen der film fängt furios an ist auch super gefilmt und sowohl handwerklich als auch von dem spannungsbogen her und flauter dann immer mehr ab und ein pessimistisches ende hätte vielleicht wesentlich besser gepasst und beim bei dem film mit ihr land ja ja es umgekehrt da weiß der film was man anfangen nicht wohin irgendwie so dachte aus ok ist irgendwie öde alles aber der wird dann besser ja soviel dazu aber jetzt kommen wir mal noch schnell zu playern ja erzählt was ich habe lange nichts mehr gehört hässers war glaube der letzte film und ich glaube antol story war lange nichts mehr dabei wo ich doch hier muss ich unbedingt haben ich schätze das leben ich mag die köche ein gutes händchen auch alleine weil sie über arthaus wir raus bringen jetzt auch diese die filme von wong kawaii und so aber 30 euro media box 35 4 4k und dann sowas hier echt jetzt also hat man ja vorhin gesehen ja mit diesen verdrucken mit diesen hier schief eingeklebt sein steht hier über irgendwie kratzer schon vorher und davor wie ich meine ich habe jetzt viel geholt warum auch immer zum beispiel hier und den ausgelöscht wenn ich kennt unbedingt angucken geiler film tier ich sage immer klapprig bei den köchen ist stimmt das wirklich irgendwie wenn hier schon anfasst denkst du ja schon die toys die verrutschen oder sich die dis sind schon verrutscht keine ahnung irgendwie komisch erfahrungen dauern noch immer nach ich traut auf die zu machen ja einer meiner lieblings filme aber musste ich haben halt und da freue mich auch ich glaube hier ist nicht viel gemacht also sie geben sich mühe muss man auch sagen wie ich jetzt gar nicht mehr was jetzt hier irgendwie großartig was am ton oder so gemacht haben glaube nicht habe ich jetzt nichts weiter gehört aber meistens kommen nur media box natürlich ärgerlich für leute die namere gerne möchten okay dann ist es so und ich will jetzt und ich würde das fass aufmachen die machen nur kleine media box dann ist es halt so aber können sie die nicht besser verarbeiten können sich nicht mehr mühe geben irgendwie dann sollen sie halt bei nebnis und code anfragen wo machen die welchen hersteller haben die machen seit kleine media box vielleicht machen die dann so eine so eine ja sozusagen so eine band so ein auflage irgendwie wo dann nur kleine media box von band gehen die dann aber wirklich stabil sind die wirklich super verarbeitet sind kann man bei 30 euro schon erwarten oder also wissen nicht es kommt aber bei cube raus irgendwie mal sehen ob da irgendwie was neu ist ja auch oder teilweise langweilige cover also das hier großartig also ich finde beide toll und gerade von ausgelöscht ist auch das einmal so eine exklusive wo wir schon mal dabei sind denn dingen haben sie sich auch richtig im hause in letzter zeit geben sich zumindest da mir bonus material sowieso aber ich will auch coole media box haben und wenn ich dann noch hören kumpel hatte mir gesagt aber stimmt weiß ich nicht könnte mir meine kommentare schreiben das ist zum beispiel bei high tension auch schön dass er gekommen ist weltweit erste 4k alles super und bekomme ich auch noch einmal demnächst die tal aber ich dann höre dass dann das booklet komplett verkehrt herum eingeklebt ist oder halte ich die media book halt auf dem kopf oder was also wenn es stimmen sollte ich weiß es nicht aber ich denke mal schon warum soll mich da der kumpel anlügen dass ich irgendwas mitbekommen habe im netz und das finde ich einfach dürftig dann sollen sie die so klapprig machen sollen sie teilweise so leute beauftragen die so leider man muss so sagen so schlampig arbeiten dann sollen sie die normalen standard filme wo kaum bonus oder so drauf ist wo es kaum mühe irgendwie drin steckt für 20 euro 25 euro raus holen und die 4k dinger maximal für 30 und gut ist aber nicht 35 bezahle für so ein dinge dann das booklet verdruckt ist oder falsch drin oder was weiß ich nicht ich glaube ja bei der aus dem regen kam es noch irgendwie die us fassung hat noch so ein kratzer in der mitte so über die disk also nicht in der abspielrichtung sondern so quer drüber ich habe mal durchspult also es ging alles hat sich jetzt nicht der player aufgehangen oder sowas aber es ist irgendwie alles komisch so ich weiß also qualitätsmanagement also richtig schlecht und kann das ja sagen ich habe mein schwerverdienendes geld für die dinge aus für die media box ich bekomme nichts geschenkt will ich auch nicht kann da offen reden und da finde ich schwach ich mag die dudes wir haben auch ein gutes händchen bei die firma ist jetzt mit dem warner die kommen und auch noch coole sachen zweifelsohne aber wenn sie dann schon hier bei diesen kleinen media box bleiben dann bitte auch mühe reinstecken dann zur not dann noch mal zwei euro teuer machen dann sage ich nichts wenn sie wenn die dinge so stabil sind wie vernehmnis und co oder universe und wie sind die alle heißen die mittlerweile alle da anscheinend in dieser produktionsstätte da von den selben leuten das produzieren lassen dann bombe dann gebe ich auch gerne mehr kohle aus also aber das muss einfach mal gesagt werden so nur das jetzt so nicht finde ich bei aller liebe ich mag media box bin sammler wird das so ja die sind im kleinen ok schluck ich noch mit runter gerade so aber dann bitte in cool machen geile media box so geile kleine media box aber die drei des dinger sind sowieso ein bisschen besser diese müssen noch erfüllen sie wenigstens noch halbwegs stabil an ja irgendwie so aber hier und das das erinnert mich an die digibooks erinnert das von früher noch irgendwie hast du meistens in amerika so hatten so eine digibooks gibt es ja noch das andere cover wo er in nahaufnahme ist mit der brille und das gab es in amerika als digibook damals sah auch aus wie media book halt so und klar das noch mal ein bisschen anders dort ein ticken mehr mühe drin aber nicht sehr viel mehr und ja damals die war glaube code free aber da habe ich die blu-ray nicht mehr die konnte weil die so günstig war haben sie die auch glaube gar nicht beim zoll aufgemacht haben sie das mit durchgewunken kunst in amerika aber einmal so ein bestellen 12 euro oder so als leider keinen deutschen ton gehabt ok aber und jetzt hier 27 99 ja ein bisschen mehr bitte noch so licht ist auch gleich aussehenden bed kam also ich verabschiede mich ja können jetzt oder meckern quake nicht immer rum hier ist halt auch folgt als es kommt mensch da bin ich ja auch gesagt es ist kein bashing so an der firmenpolitik an sich was die firma rausbringen was sie für mühe mit mit bonus geben aber wird auch bei der verpackung dann ein bisschen mehr ich meine glaube die gepäcks können so gut bin ich mal gespannt haben wir noch den wie heißt der planet der vampire noch mal bestellt jetzt haben sie zum glück noch mal neu aufgelöst da dachte ich eigentlich müsste irgendwann die gepack haben das können sie sehr gut und die qualität will ich dann auch hier haben gerne und so schnell wie möglich weil das mit einige coole sachen an der pipeline und da will ich nicht hier dann irgendwie verkehrtes booklet drin haben oder so oder wenn es das halb vorne raus hängt oder wo falsche druckt ist da irgendwie der stempel an der seite noch mal aufgedruckt ist ja also bitte so und abschließend noch mal wo wir bei französischen filmen sind der gute alte alarm die noch da mal beim plädoyer falls das irgendjemand hier mitguckt von player pictures warum zur hölle gibt es noch nicht der eiskalte enge aus den 60ern der bekannteste film der beste film mit er und wegbereiter für viele andere filmschaffende wie john buhr ist ein armutszeugnis also wird auch irgendwie die möglichkeit zu wissen wie es damit den rechten ist oder so aber da wird man ja irgendwie herankommen können oder über arthaus oder auch was dvd ist nicht meine dvd logos video bin jetzt nicht ganz sicher dass man maximal vielleicht eine dvd von dem film blu-ray wird überfällig gibt es schon im ausland gibt schon in frankreich überall also bitte der eiskalte enge aus dem jahr 1900 irgendwas 64 oder so gott ich drehe mich wahrscheinlich um kopf und kragen auf jeden fall aus den 16 den bitte auch noch raus bringen gerne media book in cool media book danke